Vielleicht noch eine Frage, wenn man sagt, vor dem Oldtimer, ist das jetzt eher eine Impfungerei, die jetzt wirklich auch, so wie das Reifersen ist, oder ich sage ja, einige junge Leute, ich sage ja, wird die Person ja angeboten. Da sind Gelder, da sind relativ viele junge Parteien, die sich für alte Autos interessieren und die dann auch viel Daterpäck sind. Also nicht nur alte Autos und alte Parteien, sondern auch alte Autos und junge Parteien. Alte Autos und junge Parteien. Ziel heute, haben wir gesagt, ist ein Bullring, Spielberg, werden wir aber extra unten gezogen draußen haben. Nein, der Ziel ist, am Gelände von der Bullring, unten können wir kein fahren, weil zu diesem Zeitpunkt der Veranstaltung ist, historisches Einen von Italienern. Okay, wo führe ich jetzt der Weg noch hin? Das nächste Ziel ist jetzt Trebl, Ludwig, Spielberg, Rettolänen. Alles klar, ich will schon einmal den Umbord ankommen, dass wir in der Rettoläne spielen. Ich danke Ihnen, der Fernandamentleiter, er schaut uns in den richtigen Mieter zu. Wir haben uns. Voll sehen, was wir nach Hause rumstellen haben. Nächstes Jahr, 2012, fix Termin mitfahren bei der Murkalklässig. Moto Guzzi V50C, einmal einen Applaus, erster, erster. Also wirklich planmäßig trudeln Sie ein bei uns. Start Nummer zwei, der Johann Kleemeier auf der Suzuki GN250. Schau dir an, die Nummer vier, schiebt das Motorrad mal in die zwischenzeitliche Ziellinie. Ach seht, einen Sonderapplaus einmal bitte. Die Nummer vier, der Fritz Stern, Buch M1U5, er ist aus Volsdorf. Fritz Stern, was ist los? Schalthebelvertraht. Der vierte Gang ist drin. Der vierte Gang ist drin, mit dem ist schwer weggefahren. Gibt es noch Hoffnung? Leider mehr. Nichts mehr. Und Sie schieben das Motorrad jetzt bis Spielberg, oder? Nein. Okay. Übernachst mal in Wolfsberg, gibt es wunderschöne Zimmer bei uns. Die Nummer sechs, der Matthias Borkenstein und die Nummer acht, der Franz Stückler und der Franz Stückler kommt aus Mittelfeld. Die Nummer acht, der Franz Stückler und der Franz Stückler im Wir haben am gestern Morgen nicht passiert, aber wir können uns nicht einmal sprechen, aber wir können uns nicht kurz abschauen und nachdenken. Da ist der Start-up halt endlich mal groß. Und der Kühle. Ja, Mann. Danke, danke. 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 Können wir jetzt schon sehen jetzt versuchen. Bei uns ist der kleine Geschichte. Das ist also ein Standungsfall. eau mit drawers Das ist die Magie Durhalter und die Barbara Gertrugel. Also zu sehen gibt es heute genug Serieträume und Herren. Und vorne machen sie richtig. Das ist die Magie Durhalter und die Barbara Gertrugel. Ja. Also zu sehen. Das ist der Unterschiede. Ich bin der Säge! Noch nicht. Das ist ja noch nie, was. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020